Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Montag, den 3. Dezember. Der DAX konnte im Vormonat November den Bereich von 11.000 Punkten verteidigen und ist bei 11.257 Punkten am Freitag aus dem Handel gegangen. Nachbürstlich ging es dann Richtung 11.330 Punkte hoch und außerbürstlich notieren wir mittlerweile über 11.400 Punkten. Sollten wir die Marke von 11.400 Punkten auch im regulären Handel dann erobern können, dürfte der Index dann weiter ansteigen Richtung 11.600 Punkte und dann über 11.600 Punkten hier über diesen Fibonacci Faker weiter hoch 10 Richtung 11.800 und 12.000 Punkte. Gut, also bisher ist der Plan aufgegangen, wir haben die Marke von 11.000 Punkten nicht unterschritten. Wir hatten gesagt, dass sich hier eventuell Long Chancen anbieten, die unter 11.000 Punkten abgesichert werden könnten. Man muss dann eben das richtige Geld- und Risikomanagement beachten, nicht zu große Positionen eingehen, nicht überhebeln, eventuell kleine Positionen am Anfang eröffnen. Das hatten wir auch oft genug, hatte ich darauf hingewiesen, dass man mit kleinen Positionen anfangen sollte und dann, sobald sich der Index dann in die richtige Richtung entwickelt, diese Position eben weiter ausbaut. Nun befinden wir uns außerwürstlich über 11.400, das war kurzfristig auch im Wochenschart die wichtige Marke, die überschritten werden muss, damit der Index eben weitere Chancen hat für einen weiteren Anstieg. Über 11.400 Punkten stehen eben die Chancen nicht schlecht, dass der Index weiter ansteigt Richtung 11.580, 11.600 Punkte. Gut, im Tagesschart haben wir nun hier dieses Gap geschlossen bei 11.200 Punkten. Das war ja die Korrekturmarke, die wir nun auch zuvor oft genannt hatten. Wir hatten hier eben zuvor das Eröffnungsgeld gehabt von letzter Woche Montag und das wurde nun eben dicht gemacht, insofern wurde dieses Mindestkorrekturziel hier erreicht. Infolge stieg der Index eben wieder an und ging dann bei 11.257 Punkten aus dem Handel, dann nachwürstlich bei 11.330 und mittlerweile, wie schon erwähnt, eben befinden wir uns außerwürstlich bei über 11.400 Punkten. Insofern ist der Abprall hier gelungen von 11.200 Punkten und wir könnten uns eventuell schon in der ersten Korrektur befunden haben vor einer weiteren Aufwärtsbewegung. Wir haben also hier praktisch einen möglichen Doppelboden gebildet. Wir haben hier zwei Tiefs gehabt, einmal bei 11.050 Punkten ungefähr, einmal bei 11.009 Punkten und von hier ging es dann wieder bergauf. Wir haben dann eine Korrektur gestartet, das Gap vom Montag nun dicht gemacht und nun sollte es eben laut Plan dann weiter aufwärts gehen, Richtung 11.500 Punkte und 11.600 Punkte zunächst einmal. Hier haben wir dann den Wochenschart mit den Markierungslinien. Die sind Ihnen schon bekannt, da hat sich nichts geändert. Die rote Markierungslinie befindet sich weiterhin bei 11.400 Punkten. Diese Marke haben wir nun hoffentlich dann überschritten, zumindest außerbörstlich. Nun wird man abwarten, ob im regulären Handel der Durchbruch ebenfalls gelingt. Und dann sollte das der Fall sein, dann würden wir eben als nächste Marke den Bereich von 11.580 Punkten anlaufen. Und über 11.400 Punkten würde zunächst einmal nicht mehr die Gefahr bestehen, dass wir wieder nach unten abdrehen und hier 11.000 Punkte anlaufen. Über 11.400 Punkten gerät vielmehr eben hier der Bereich um 11.600 Punkte in den Fokus und ein weiterer Kursrücksetzer Richtung 11.000 Punkte ist erst einmal vom Tisch. Und das gilt genau so lange, wie wir hier über F4 notieren und hier nicht wieder unter diese Marke nach unten abdrehen. Hier haben wir dann den Tagesschart mit den Markierungslinien für den heutigen Montag. Da befindet sich die dunkelgrüne Markierungslinie bei 11.220 Punkten, die hellgrüne bei 11.260 Punkten, die rote bei 11.23 und die dunkelrote bei 11.360 Punkten. Außerwürstig befinden wir uns eben schon über 11.400, aber hier geht es eben um den regulären Handel und da muss man eben abwarten, wie der DAX dann am heutigen Montag in den Handel startet und ob der dann der Bereich von 11.400 Punkten auch im regulären Handel dann verteidigt werden kann. Und sollte der Index aber doch wieder unter 11.400 Punkte fallen, dann ist eben der Bereich hier von 11.260, 11.220 Punkten als Unterstützung wichtig. Hier sollte er nicht drunter fallen, das wird er wohl auch nicht machen. Wir haben das Gap ja zuvor geschlossen, haben damit das Minimal-Korrektur-Ziel erreicht und der Index breitet dann von hier wieder nach oben ab. Insofern sieht das eher so aus, dass wir uns hier in der ersten Abwärtskorrektur einer ganz jungen neuen Abwärtsbewegung befinden. Gut, dann werden wir durch für heute. Der Plan ist soweit aufgegangen. Wir hatten gesagt, eben über 11.000 Punkten könnte die Wende erfolgen und insofern ist die Idee eigentlich auch relativ einfach zu verstehen, dass wir langfristig eben dem jahrelangen Aufwärtstrend weiter folgen und dementsprechend auch Kurs nehmen auf 13.000, 14.000 Punkte. Auch wenn das einige nun eben sehr weit hergeholt finden, langfristig sind das keine exorbitanten Kurse. Der DAX braucht sich einfach nur dementsprechend weiterentwickeln, wie er sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und insofern ist das alles im Bereich des Machbaren und dann wird man sehen, wie sich der Index entwickelt. Also beachten Sie bitte Ihr Risiko- und Moneymanagement, gehen Sie kleine Positionen ein und bauen Sie die dann nach Möglichkeit beim Trendwechsel weiter aus. Die wichtigen Marken, die wurden ja genannt und vor allen Dingen glauben Sie nicht denen, die hier am lautesten schreien und die größte Panikmache betreiben. Damit ist niemandem geholfen, sondern machen Sie sich auch Ihre eigenen Gedanken zu den Ideen, die hier vorgestellt werden. Das sind weitgehend langfristige Ideen, gerade die genannten Marken von 13.000 und 14.000 Punkten. Kurzfristig bieten sich eben die Markierungslinien im Tagesschart an. Die könnten Sie sich in den Handel übernehmen, je nach Ihrer eigenen Strategie. Und die haben sich ja auch in der Vergangenheit oft dann bestätigt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg im Handel. Ich hoffe, dass unsere langfristige Trading-Strategie eben noch aufgeht und der Index nun immer mehr wieder nach oben abdreht und wir nach der Eroberung von 11.400 Punkten hoffentlich auch den Bereich von 11.600, 11.630 Punkten erobern können. Dann würde sich nämlich mittelfristig die Lage deutlich auffällen, wenn wir wieder über den mittleren Fibonacci-Fächer im Monatschart ansteigen und dann würden sich die Chancen für einen langfristigen weiteren Anstieg im genannten Trendkanal deutlich erhöhen. Ich melde mich wieder mit Kommentaren unter dem Video am heutigen Montag und später mit dem ING Markets Chartflash und natürlich dann am morgigen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call.